Und diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um Phoenix. Phoenix Mains kennt das vielleicht, wenn ihr eine Flash um die Ecke werft und der Gegner so ein bisschen auf Zack ist, dann kann er sich oft wegdrehen und die ganz einfach dodgen. Diese Zeit ist jetzt vorbei. Phoenix kann sich gegen eine Wand stellen und die Flash quasi gegen die Wand werfen. Und das verkürzt die Zeit, in der der Gegner auf eure Flash reagieren kann. Die Flash landet auch hinter euch, sodass ihr direkt mit der Flash swingen könnt. Braucht ein bisschen Übung, die Effekte sind super, die Gegner sind sauer. Viel Spaß beim Ausprobieren.